schon was für eingeschaltet hast willkommen zurück hier auf meinem kanal mein name ist peacekeeper und mit dem technical test selber werden auch meistens änderungen an operatoren durchgeführt einer hat es geschafft noch paar änderungen rauszubekommen die noch nicht offiziell draußen sind einige sachen sind schon aufgetreten einige sachen noch nicht aber ich gehe mal davon aus dass die sachen die jetzt rausgefunden hat wirklich so stattfinden werden also kann sein dass wir bis auf diese eindrungen im laufe der tage in den nächsten wochen preis gibt aber ich dachte ich zeige euch das mal und dann würde ich sagen starten wir mal direkt mit dem video und so hat einfach mal die boske in acog bekommen meine freunde die zweite primärwaffe von dokabi zum beispiel ehrlich gesagt war das eher ein joke von der community so wie ich das aufgenommen habe da hat sich einer einfach ein joke erlaubt und ja das wurde einfach so oft auf twitter auf instagram gefordert von ubisoft und ubisoft hat einfach mal ein acog rausgebracht finde ich interessant wenn man mal keine lust hat mit der richtigen primärwaffe in anführungszeichen zu spielen kann man auf jeden fall zu anderen greifen und dann bin ich mal gespannt wie das denn so sein wird und das ist zum beispiel eine änderung die kann man jetzt schon auf den technical test selber anspielen weiter geht's mit cavera der m12 ist derzeit einer der schadärmsten und am langsam schießendsten smgs im spiel da die meisten spieler die illusion bevorzugen gibt es derzeit nur sehr wenige gründe sich für die m12 zu entscheiden und wir möchten dem spielern mehr gründe geben ihre m12 zu wählen die m12 smg schaden wurde von 36 auf 40 erhöht finde ich gut ich habe früher sehr oft mit der smg gezockt aber mittlerweile konnte man halt damit gar nicht zocken aber jetzt könnte man die ein oder andere runde auf jeden fall mit der waffe spielen weiter geht's mit ella wir haben gesehen dass ellas fo12 sehr stark ist besonders auf den konsumen was zu übermäßigen hohen sperraten im vergleich zu anderen verteidigern führt wir bringen ihre fo12 rückstoßsystem besser in einklang mit anderen halbautomatischen strumpfenden um ihre leistung ein wenig zu beeinträchtigen erhöhte streuung und geringere genauigkeit die fo12 hat jetzt eine zusätzliche streuung beim schnellen schießen wodurch sie mit anderen halbautomatischen strumpfenden konsistenter ist leicht erhöhter rückstoß um die kontrolle zu erschweren und weniger zu sprühen wurde der rückstoß ein klein wenig erhöht sas g12 ähnlich wie bei den oberen änderungen an der fo12 hat die sas g12 jetzt auch eine zusätzliche streuung beim schnellen schießen sowie einen zusätzlichen rückstoß um die streuung zu erschweren finde ich auf jeden fall interessant die sas g12 vermutlich einer der schwächsten war von überhaupt dass jetzt noch schwächer gemacht wird naja glas die gelbe hervorhebungskurve des scopes wurde überarbeitet um die intensität zu erhöhen wenn das scoop nicht aufgeladen ist kite wir verstärken kait ein wenig und bringen ein bisschen mehr kreativität und flexibilität ins spiel sein radius wurde von 0,75 auf 1,3 meter erhöht fast das doppelte was ich richtig nice finde und stacheldraht ist weg dafür haben wir kontaktgranaten kontaktgranaten kann man immer gut gebrauchen warden verliert auch sein stacheldraht und bekommt stattdessen sein nitro handy finde ich auf jeden fall ziemlich gut waren weil auch so ein operator haben wir oft genug gesagt der wirklich nicht gut war und stacheldraht war jetzt auch nicht so optimal für seine fähigkeit wenn zum beispiel leute mit rauch spielen können seine fähigkeit aktivieren und dann sehen alles klar die leute sind dort im rauch dort schmeiße ich mein nitro handy hin und habe im besten fall ein kill auch ziemlich cool und das waren jetzt einige änderungen meine von wie gesagt ist jetzt noch nichts offizielles wurde halt geleakt aber ich gehe mal davon aus dass das in den nächsten tagen dann offiziell von ubisoft dann bekannt gegeben wird da gab es noch paar bug fixes und so die sind jetzt in dem sind jetzt nicht so wichtig das sind halt die groben änderungen der operator ich freue mich auf jeden fall darauf und bin gespannt was ihr davon haltet gerne unten in den kommentaren schreiben meine freunde das war es mit dem video wir sehen uns beim nächsten mal dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020